Fantastisch! Ja, ich muss tatsächlich sagen, mit Only Lava-Hunde, aber gut, Zauber habe ich benutzt, es ist schwierig. Ich habe mir extra so eine Base rausgesucht, wie diese hier, wo du einfach siehst, die Luftabwehr ist relativ schwach. Ich konnte jetzt natürlich schon sofort eine Luftabwehr weg, äh, ein, zwei Luftabwehren konnte ich sofort schon mal wegblitzen, wir sehen das jetzt hier schon mal. Da brauchte ich nur einen einzigen Blitz, hab jetzt noch drei Blitze übrig, hab ich da noch zwei Blitze hingesetzt, das heißt, guck mal, wie viel da schon weg ist. Natürlich, desto mehr, die Lava-Hunde gehen ja nur auf die Dev, sie gehen erst auf die Luftabwehr, wenn die Luftabwehr dauernd ist, gehen sie auf die andere Verteidigung und dann, sie sind halt langsam. Die sind halt mega langsam, das sehen wir jetzt hier auch gleich, sie haben sehr viele Trefferpunkte und das ist auch ein Problem. Ne, du willst auf der einen Seite, willst du natürlich, dass die Lava-Hunde alles weg machen, jetzt haben sie unten schon die eine Luftabwehr gleich weg. Auf der anderen Seite, müssen sie sich irgendwann ja auch mal teilen, zumindest einen Teil von ihnen, damit sie einfach auch mal ein bisschen sich auf der, auf der Karte verteilen. Wenn sie jetzt alle nur da rumfliegen, es dauert, ne, es dauert, sie brauchen jetzt noch, guck mal, wie viel Dev überhaupt jetzt noch da ist. Die Tesla sind ja auch noch da und dann noch die Burgi-Türme, noch hier die X-Bögen, die Kanonen, der Minenwerfer. Das dauert einfach, weil sie einfach nicht viel, sie üben natürlich nicht viel Schaden aus, sie sind eine Einheit zum Tanken. Dafür sind sie da, sie sollen die anderen Truppen beschützen, sie sollen den Schaden auf sich nehmen, sie sollen aber selber nicht so viel Schaden machen. Das ist ja nun mal, das ist ja nun mal ihre Aufgabe, dass sie den Schaden für andere Truppen einstecken und da sehen wir es. Der erste hat sich jetzt schon mal geteilt, aber natürlich wenig Schaden, den sie jetzt hier selber kassieren, ne. Das sieht man jetzt auf jeden Fall, aber, ich find's mal ganz lustig. Ich hab's schon lange nicht mehr gemacht gehabt. Und dachte mir, wir, 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 wir sind ja auch aus, aus so einer, aus einer Langeweile geboren, kennt ihr das manchmal? Da hat man so Langeweile und denkt sich so, ach komm. Machen wir mal irgendwie einen Only-Angriff mit irgendwas Verrücktem Da der Lava-Hund eine meiner Lieblingstruppen ist, dachte ich mir, komm, nimmst du mal den Lava-Hund Weil ich immer so lustig finde, dass er sich dann halt aufteilt in so verschiedene Lava-Welpen Und das sehen wir jetzt auch, ne, ein paar sind schon unterwegs, ein paar können jetzt schon ungestört was kaputt machen Aber das ist auch wieder das Problem Du hast die Lava-Welpen, die Lava-Welpen fliegen dann rum, sie gehen aber natürlich sofort kaputt Sie halten jetzt gar nichts an Schaden aus Und jetzt hatte ich dann gehofft auf die Königin Die Königin ist jetzt hier unten noch am Rumeiern und hatte gehofft, sie zerschießt jetzt zumindest schon mal einen der Lava-Hunde Also sie sind aber auch geil, ne, sie sind... Das war wirklich mal ein gutes Update von Supercell Muss ich sagen, die Lava-Hunde, oder der Lava-Hund als Truppe, find ich richtig cool Das ist eine richtig coole Truppe Ja, der eine kassiert ja auch jetzt schon Der eine kassiert ja jetzt auch schon, aber reicht es oder reicht es nicht? Damit er sich noch aufteilt Oh, guck mal, der kleine Lava-Welpe kümmert sich jetzt noch um die Königin Das sieht man nicht, so wenig Schaden macht er gar nicht Wobei man natürlich auch sagen muss, die Königin hat jetzt auch nicht die allermeisten Trefferpunkte Jetzt ist sie leider kaputt Und das war noch ganz gut, aber nur noch leider 34, 35, 33, 32 Sekunden Zeit Jetzt habe ich schon einige Lava-Pubs, aber es reicht nicht mehr Oben sehen wir jetzt auch noch welche, die kümmern sich um den König 45% reicht es noch für den Stern oder nicht? Ja, es ist da, wenn sie sich mal eher aufteilen würden, das wäre natürlich besser Jetzt haben sie natürlich noch ein bisschen Zeit Vielleicht kommen wir noch auf 60%, wenn mit etwas Glück schaffen wir noch 60%, aber Ja, gegen so eine Base natürlich, eine relativ schlechte Base Aber wir haben es doch so gerade geschafft mit 58%, vielleicht auch noch 60% 63%, ja, 64% läuft doch sogar Besser, besser als erwartet Nur wie gesagt, eine Verteidigung, zwei Verteidigungsanlagen waren ja noch da Ne, drei sogar, oben ist noch ein Tesla Ein bisschen ärgerlich, du kriegst es nicht hin, sie so gescheit, dass sie sich gescheit aufteilen, ne Ich habe es auch mal mit Wutzauber probiert gehabt, aber das ist auch nicht so von Erfolg gekrönt Wir gucken einfach mal rein in Angriff Nummer 2 So, und hier habe ich mir mal überlegt, dass ich mal hier noch vier Blitze mitnehme und einen Wooten Das ist ja wirklich, guck doch mal mit den Bases an Die Bases sind einfach so lachhaft, ne, aber du kriegst sie auch nicht richtig kaputt mit den Lava-Hunden So, das war Nummer 1 Da vorne jetzt, die anderen beiden drauf Das bedeutet, der Luftfeger ist mit down gegangen Das heißt, wir haben jetzt schon mal zwei Luftabwehren down und einen Luftfeger Ja, im Grunde, weiß ich auch nicht Ich weiß es auch nicht, ob das jetzt so Von Erfolg gekrönt zu werden sehen, ist aber wie gesagt eine richtig schlechte Base Beide, zack, zack, da fressen sie schon mal so ein bisschen was durch die Ah, die, das, wenn deine Luftbombe kommt Ihr habt es gesehen, kaum Schaden Kaum Schaden, das, da, da zucken sie einmal mit den Ah, der eine, da wurde bei der eine schon ein bisschen angehauen Wenn die, wenn die alle dann natürlich Wenn vor allem die Bogentürme sichern Und die konzentrieren sich ja nur auf einen Ja, der ist schon mal kaputt Aber da kommen auch sofort die nächsten Luftbomben Hätte man eigentlich gedacht, bei so einer Base, der wäre ja eher inaktiv Das ist echt Wird dann so einer, das ist auch wieder eine Frage Wird so einer dann auch auf Rathos 11 gehen? Bei dem Update? Geht der, geht der auf Rathos 11? Alter, kriegt der noch schlechtere Nut Er kriegt ja so schon schlechten Nut, weil er auf Rathos 10 gerusht ist Wird er dann auf Rathos 11 rushen? Ich glaube, viele Leute werden auf Rathos 11 rushen Und ich hoffe es auch Ich hoffe, viele Leute rushen auf Rathos 11 Damit der Loot für mich selber besser ist Aber das werden wir, liebe Freunde, dann noch sehen Die Lava-Hunde sind auf jeden Fall noch aktiv Und sind jetzt noch dabei, den Magiertum kaputt zu machen Bam, 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 der ist kaputt Leider haben wir erst ganz wenige Lava-Puppies Oben sehe ich noch gar keinen Das ist das Problem Ich schuhe mal ein bisschen vor Ah, jetzt hier unten ist noch Hier unten kassieren sie jetzt doch mal ein bisschen Schaden los, Leute Die Königin schießt drauf Zwei Tesla schießen drauf Jetzt nur noch ein Tesla Aber es reicht nicht Es reicht nicht, damit der Lava-Hund kaputt geht Das ist ein bisschen scheiße Oh, das Lava-Hunde macht noch ein bisschen kaputt Ja, der eine ist gleich kaputt Aber der wird dann gleich auch von der Königin kaputt gemacht Das ist aber so ein Problem Jetzt habe ich noch den Wutzauber draufgeschmissen Damit sie da noch reingehen In der Hoffnung, dass noch ein Lava-Hund kommt Aber es wird, auf jeden Fall Jetzt weiß man jetzt schon Es wird nicht mehr reichen für den einen Stern Ah, Mann Wobei jetzt, das hätte man so 30 Sekunden früher Hätten sie sich 30 Sekunden früher so aufgeteilt Ich hätte den Stern wahrscheinlich sogar noch geschafft Aber so wird es jetzt zu knapp Vor allem, weil jetzt natürlich auch Die Lava-Hunde einfach viel zu wenig Schaden jetzt noch kassieren Es sind nur noch zwei Sachen übrig, die auf sie schießen können Unten sind zwar noch ein paar Lava-Hunde unterwegs Aber es reicht nicht Wie viele haben wir denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Lava-Puppies Ja, es sind nur noch fünf Es reicht leider nicht Es waren nur 41 Prozent Jetzt kümmern sie sich, glaube ich, noch um den Turm Ja, der Turm ist noch down Aber leider nur 43 Prozent Ja, immerhin Es ist ja, wie gesagt Es sind lustige Angriffe Von daher Kann man damit noch leben So, jetzt habe ich noch einen Einen habe ich noch Einen haben wir noch Einen haben wir noch Äh, ja Das ist auch eine Ja, ich will mal sagen Das ist auch wieder eine Base Wo man sagt Was ist das? Lukas 69 Cuore Italia Cuore Italia Ja, ich habe dann versucht Mal das zu blitzen Hat auch ganz gut funktioniert Äh, eine Luftabwehr Ne Einfach Waren das zwei schon Oder wie viel waren das jetzt? Egal, auf jeden Fall Schon mal einiges ganz gut angehauen Lava-Hunde drauf Ich habe die jetzt mal Das war jetzt mal schon mal die Taktik Erstmal so ein bisschen Die Lava-Hunde mal so ein bisschen Zu splitten In der Hoffnung Dass sie dann mal Sich ein bisschen auf der Map verteilen Ach, da waren ja sogar noch Bogies in der Klaren Burg Ja, die hätte ich eigentlich Drin lassen sollen Die hätte ich eigentlich nicht vergiften sollen Das war blöd von mir Denn die machen ja auch noch mal Extra Schaden gegen die Gegen die Lava-Hunde Vielleicht teilen sie sich da mal eher auf Ja, aber jetzt fliegen die Lava-Hunde Wieder alle auf einen Fleck Das ist natürlich mega scheiße eigentlich Weil, ja Du hast sie dann alle wieder auf einem Fleck Und dann teilen sie sich wieder nicht richtig auf Jetzt ist der Erste, der sich mal teilt Wird es ein Stern oder nicht? Das ist jetzt die große Frage Aber sie halten ja auch nichts aus, ne? Sie halten ja auch nichts aus Der Luftfäger noch Ah, der Luftfäger ist immer nervt Ich habe ja übrigens gehört Es soll jetzt beim Update ja auch noch Es soll noch acht neue Luftfäger Acht neue Luftfäger kommen Alle bis Level 10 levelbar Nein, Spaß Aber wenn doch tatsächlich einer kommen würde Dann wäre ich ein bisschen enttäuscht Aber das wird Supercell nicht machen Supercell wird keinen weiteren Luftfäger mehr bauen Erstmal So Da oben ist der Magierturm Ist gleich kaputt Aber wir haben immer noch Wie immer das Problem Wir haben zu wenig Lava-Welpen Aktuell ist die Lava-Welpen-Produktion Die noch nicht so am Laufen Die Kanone unten ist jetzt gleich kaputt Tesla und Bogenturm Sind jetzt gerade noch im Ja, sind jetzt gerade noch dabei Kaputt zu gehen Aber der eine Lava-Hund Ist sogar schon ein bisschen angefressen Der eine hat sogar schon ein bisschen was verloren Ja, jetzt zack Luftbombe drauf Aber es wird noch nicht reichen Aber immerhin oben haben wir schon mal Ein paar Lava-Pubs Die schon mal ein bisschen was kaputt machen Zumindest ungestört Können sich schon mal ein paar Prozent holen Jetzt kommt ja von unten der Lava-Hund Hilft jetzt noch Kümmert sich jetzt um den Magierturm Und Jetzt teilen sie sich zumindest schon mal ein bisschen auf Ist ja auch nicht so verkehrt Aber es wird immer noch nicht reichen Guck, wir haben Wir haben noch eine Minute und eine Sekunde Und es sind immer noch so viele verkackte Lava-Hunde übrig Die immer noch da am rumrödeln sind Äh Los Flieg da hin jetzt Und macht noch was 42 Prozent Also es wird reichen für den Stern Weil die Base einfach so schlecht ist und kaum Ja, die Base hat ja kaum Verteidigungsanlagen, ne? 44 Prozent Ich spule mal noch ein bisschen vor Damit wir es jetzt nochmal ein bisschen schneller sehen Außen, vor allem die Außen machen die Lava Die Lava-Welpen schon mal ein bisschen Terror Ja, einer noch Der eine ist noch dabei Ach komm, teil dich doch nochmal einmal auf wenigstens Es ist mir nicht mehr vergönnt Es ist mir nicht mehr vergönnt Es ist auch wirklich kaum noch was da Aber es reicht nicht Nur der eine Lava-Hunde noch Zwei waren noch relativ kaputt Aber es reicht nicht mehr Ja, 96 Prozent Und ein Stern für die Lava-Hunde Und ja, da will ich auf jeden Fall nochmal einen normalen Angriff machen Da hab ich mir gedacht Da bilden wir mal wieder unsere Standard-Taktik aus 91 Bogenschützen 72 Barbaren 13 Riesen Und sechs Bogenschützen Und jetzt bauen wir mal eben noch hier normale Zauber aus Moment, wo sind sie denn? Naja, kein Heil Heil erst spät Bei brauche ich überhaupt Heils, aber nein Wir nehmen lieber Frost mit Und gucken dann mal Ich habe übrigens einen Kessel in der Base Hier drin ist ein Kessel Und dieser Kessel hier ist, äh, auch neu Ich musste jetzt bald mal Auf jeden Fall werde ich jetzt bald mal zwei, drei Stück entfernen Das werden wir dann aber noch Werde ich aber, glaube ich, im Video machen Und jetzt suche ich erstmal ein Gegenhaus Und dann würde ich sagen Den wir uns gleich wieder Wenn ich einen Gegner gefunden habe Bis gleich Ja, ich will jetzt ihnen hier nicht angreifen Ich will es einfach nur mal so in den Raum werfen Für nach dem Update Also ich werde ja beim Update Werde ich Rathos 11 gehen Und dann habe ich persönlich halt die Angst Ich kriege halt nur noch solche Gegner hier Und ihr wisst ja Beim Update wird ja der Loot für Rathos 6 bis 10 mehr Aber dann wird es etwas weniger Wenn du einen Rathos unter dir angreifst Ich bin ja dann Rathos 11 Und greife dann auch noch einen Rathos unter mir an Und ganz ehrlich Wie soll ich denn mit Farmtruppen Wie soll ich denn mit Farmtruppen So ein Rathos hier angreifen Das ist so das Das ist so das Was mir wirklich Probleme bereitet Deswegen Ja, wollte ich nur mal ganz kurz einwerfen Und jetzt suche ich weiter Ach ja Was wird mir das fehlen Das Rathos-Snipern Ja, es war immer schön Vor allem, wenn man jetzt überlegt Ja, okay Ja, okay Ich kriege jetzt hier noch ein bisschen was auf den Sack Deswegen muss ich mal eben da was hinsetzen Damit meine Königin nichts kriegt Vor allem, du musst nur Ich habe jetzt Zwei Truppen und die Königin gesetzt Und habe mal eben 50.000 bekommen Ah, das wird mir fehlen Allerdings, ihr wisst es ja Ich habe es ja gestern schon erzählt Man muss auch immer Man muss sich auch immer neuen Sachen öffnen Und wir werden alle sehen Wie es sich entwickeln wird Ich habe da meine Meinung gesagt Wenn das Update natürlich Wenn es natürlich diese neuen Sachen jetzt noch gibt Ne Also es kommen jetzt noch viel mehr Neue Sneak Peaks Neue Vielleicht eine neue Truppe Neuer Held Neue Dev Neues Rathos Und so weiter Dann werde ich meine Meinung natürlich noch mal äußern dazu Aber das alles zu deiner Zeit Und jetzt geht die Suche erstmal weiter So, endlich Ich hoffe mal Wir werden es hier schaffen Zumindest das ein oder andere Gold Und Elixierlager uns zu schnappen Je nachdem Ich weiß es nicht genau Wenn die Lager in der Mitte sind Habe ich ja immer so ein bisschen So ein bisschen Probleme Das wisst ihr Aber ich bin optimistisch Wir müssen jetzt mal gucken Ob da irgendwo Vielleicht schon mal Eine Ja, ob da irgendwas in der Clarenburg ist Ich glaube aber jetzt erstmal nicht Zack Zack Ich habe mir jetzt mal gedacht Vielleicht wäre es dann mal ganz sinnvoll Sie mal ein bisschen weiter aufzusplitten Das ist halt wie gesagt Oh, ist doch was in der Clarenburg Level 5 Bogenschützinnen sind in der Clarenburg Okay Gar nicht mal Ja, gar nicht mal so gut Aber ist halt das Problem Wenn du am PC spielst Du hast halt nur die Maus Du kannst nicht gescheit die Truppen Mit zwei Fingern mal eben ziehen Das ist natürlich Macht schon Unterschied aus Aber wir versuchen es trotzdem mal Komm, 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 komm Und dann kriegen wir immer das Rad aus Komm, wenn der eine Burgenturm da schon mal Wenn der eine Magierturm weg ist Das ist schon mal sehr gut Äh, was machen wir denn jetzt noch Ich habe auch noch die Ich habe ja auch noch die Clarenburg-Truppe Die setzen wir mal nach da Die Königin setzen wir jetzt Nein, die Königin läuft nach außen Das war blöd Das war dumm von mir Die Königin Ah, die läuft in die Mitte Gut, sie läuft in die Mitte Das war, dachte ich schon Das wäre blöd gewesen Wieso, wie viel Lager haben wir denn jetzt schon 40% Komm, X-Burgen Ja, X-Bogen down Sehr gut Königin wird nicht vom Tellereisen getroffen Das ist auch schon mal gut Jetzt kann sie Sie wird nicht mehr Sie wird nicht mehr genug kriegen Die Königin wird nicht mehr genug kriegen Sie ist leider nach außen gelaufen Das ist nicht so gut Ja gut, die 50% kriegen wir immerhin noch Zweites Stern Ich lasse die Königin Soll ich die mal laufen lassen Haben wir eigentlich nicht ganz so viel gekriegt Wie ich erwartete Ich habe übrigens noch den Bonus In der Clarenburg 1,3 Millionen Auch nicht so verkehrt 1,3 Millionen Und ich glaube 6.000 Dunkles Ungefähr Man will das natürlich Hier fehlt natürlich jetzt gerade der Zauber Mit Zauber wäre es natürlich ein bisschen einfacher gewesen Nein, nicht sammeln Info 6.555 Dunkles Und 1,3 Millionen Das ist natürlich schon mal sehr cool Dass da so viel Bonus drin ist Aber wir bilden schon mal ein paar Truppen aus 6 Mauerbrecher Nehme ich immer mit Dann nehme ich noch ein paar Natürlich ein paar Barbaren mit Und dann ist es vielleicht eine etwas längere Folge geworden Aber es ist ja auch egal Vielleicht freut ihr den einen oder anderen Wenn es mal eine etwas längere Folge ist Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen Und ja Morgen geht es weiter mit dem nächsten Sneak Peek Hoffentlich mit einem schönen Sneak Peek Über den wir uns alle freuen Und dann wünsche ich euch noch einen schönen ersten Advent Eine schöne besinnliche Zeit Und lasst es krachen Bis demnächst Ciao